Rudolf Fernau war ein deutscher Bühnen- und Filmschauspieler. Leben Bevor Rudolf Fernau im Alter von 18 Jahren zum ersten Mal als Schauspieler auftrat, absolvierte er eine musikalische Ausbildung für Klavier und Geige. Als Schauspieler gastierte er in Rollen an verschiedenen Theatern, bevor er ab 1929 Ensemble-Mitglied des Staatstheaters Stuttgart wurde. Mit 38 Jahren erhielt Fernau 1936 eine Rolle in dem Film Verräter. Auch in seinem nächsten Film Im Namen des Volkes spielte er einen dämonischen Mörder. Seine bekannteste Filmrolle während der Zeit des Nationalsozialismus war 1942 die des Dr. Krippen in dem Kriminalfilm Dr. Krippen an Bord. Fernau war NSDAP-Mitglied und wurde 1944 in der Endphase des Zweiten Weltkriegs auf die gottbegnadeten Liste der Filmschauspieler des Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda gesetzt, auf der diejenigen Schauspieler verzeichnet waren, die Goebbels meinte, für Propaganda-Filme zu benötigen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Fernau bei der Entnazifizierung zunächst zu neun Monaten Gefängnis und lebenslangem Berufsverbot verurteilt. Bei der Revision im Januar 1946 nur noch zu einer geringen Geldstrafe, 1947 spielte Fernau am Staatstheater München und 1949 am Schloss Park und Schiller Theater in Berlin. Als er danach auch wieder Filmangebote erhielt, verkörperte er erneut das Image des häufig geistig verwirrten Unholz. Er spielte U.A. in Kinder, Mütter und ein General und in Gestehen Sie Dr. Korda. In mehreren Edgar Wallace Filmen der 1960er Jahre war Rudolf Fernau ebenfalls zu sehen. Berühmt wurde Fernau beim Nachkriegspublikum auch mit Rollen in den Dr. Mabuse Verfilmungen im Stahlnetz des Dr. Mabuse und die unsichtbaren Krallen des Dr. Mabuse. Später trat der Schauspieler wieder vermehrt auf Theaterbühnen auf und war seltener in Filmrollen zu sehen. In der Simmelverfilmung bis zur bitteren Neige und in der Falla da Verfilmung jeder stirbt für sich allein sowie in einigen Fernsehspielen agierte, er in von ihm gewohnten Rollen. 1972 veröffentlichte er seine Memoieren mit dem Titel als Lied Beganz. Lebenstagebuch eines Schauspielers Fernau wurde 1985 auf dem Friedhof Heidhausen in München beigesetzt. Auszeichnungen 1929 und 1936 Stuttgarter Staatsschauspieler 1957 Berliner Staatsschauspieler 1965 Bundesverdienstkreuze erster Klasse 1979 Filmband in Gold für langjähriges und hervorragendes Wirken im deutschen Film 1983 Thomas Mann Medaille und Ehrenmedaille der Stadt München Großes Bundesverdienstkreuz Filmografie nicht die die d Vielen Dank.